Guten Morgen und herzlich willkommen, Christian Mölling. Gefragter Mann seit gestern, so wie viele Sicherheitsexperten, nachdem der französische Präsident da ja noch mal Zündstoff in die Debatte gegeben hat. Aber bleiben wir jetzt bei dieser Taurus-Frage. Was, glauben Sie, hat den Kanzler bewogen, sein Nein so zu formulieren, wie er das gemacht hat? Die Angst, dass Moskau erreicht werden kann? Die Angst, dass deutsche Soldaten in die Ukraine müssen? Was, denken Sie, war der Hauptgrund? Ja, ich glaube, der Punkt, dass Sie diese Fragen stellen, zeigt ja, dass eines mindestens nicht gelungen ist, nämlich Klarheit zu schaffen. Ich hatte gedacht, der Kanzler will vor allen Dingen Klarheit schaffen, nachdem es auch den Antrag letzte Woche gegeben hat, wo die Taurus, klar, nicht namentlich genannt worden sind, aber doch irgendwo mit drin steckten, dass das jetzt die Antwort darauf gewesen ist. Aber insgesamt... Also, dass er dann sagt, ich will das nicht. Genau. Insgesamt stehen wir heute hier. Und ich habe den Eindruck, wir sind keinen Schritt weiter in der Debatte. Wir haben eine erneute Überhitzung, weil so viele Sachen jetzt auch noch zusammenkommen, mit den Bodentruppen, mit vielen anderen Statements, die gemacht worden sind. Das wird sehr schwierig sein, da jetzt erstmal das Tempo wieder rauszunehmen und Klarheit zu schaffen, wer eigentlich was, warum gesagt hat. Was glauben Sie, ist tatsächlich die größte Sorge? Also, der Bundeskanzler hat ja gestern auch durchblicken lassen, da müssten dann deutsche Soldaten in der Ukraine auch aktiv werden. Ist das so? Das ist eine Erklärung, die wir in den letzten Monaten, seitdem diese Debatte ja schon läuft, immer wieder gehört haben und andere Quellen sagen, das ist nicht so. Das kann man entweder so regeln, dass die Ukraine dafür ausgebildet werden, oder aber es macht privates Personal. Das ist also sicherlich etwas, was man umschiffen kann als Möglichkeit oder als Grund, der das ausschließen würde. Deswegen taucht ja immer wieder die Frage auf, was meint er denn dann eigentlich wirklich? Würde denn diese Waffe, dieser Marschflugkörper Ihrer Meinung nach, den Kriegsverlauf wirklich entscheidend beeinflussen können? Ja, das ist immer dieses Changieren zwischen Wunderwaffe und eigentlich gar nicht so wichtig. Er spielt eine bestimmte Rolle oder er kann eine bestimmte Rolle spielen, solange die Logistik vor allen Dingen über die Kerchbrücke läuft, aber auch danach, weil er einfach... Kerchbrücke ist die Brücke zur Krim. Genau, ist die Brücke zur Krim, wo einfach viel Logistik drüber läuft. Die Russen werden sich aber schon Wege überlegen und sind gerade dabei, sie zu bauen, um diese Brücke nicht mehr so wichtig sein zu lassen. Auch das gehört dazu. Das heißt, er sinkt der Wert dieser Waffe. Sie bleibt dennoch wichtig, weil selbst wenn es nicht mehr die Kerchbrücke gibt, auch die Reserven an den anderen Raketen, die durch Großbritannien und Frankreich geliefert worden sind, die sind natürlich irgendwann endlich. Das heißt, da muss es irgendwann, wenn man den Vorteil einer solchen langreichweitigen Waffe behalten will, irgendwann ein Nachfolgesystem geben. Jetzt verweist der Kanzler immer darauf, dass wir insgesamt ja sehr viel mehr tun als europäische Partner, gerade auch als Frankreich. Frankreich hat er da so Unrecht, wenn er sagt, ihr fordert immer nur ein Waffensystem, aber ihr seht nicht, was wir in der Gesamtheit alles liefern. Ich glaube, er hat schon recht, dass viel von dem, was Deutschland zurzeit tut, nicht gesehen wird, weil wir immer wieder diese sehr tiefen, negativen Schlagzeilen haben, was irgendwie alles nicht kommt und die innenpolitische Debatte sich darüber entzündet. Gleichzeitig ist er Politiker und er weiß, glaube ich, wie das eigentlich funktioniert, das Spiel. Und man muss sagen, letztendlich geht es nicht darum, hier einen Schönheitswettbewerb zu gewinnen, wer am meisten liefert, sondern es geht um die Unterstützung der Ukraine in einem Maß, das ihr es ermöglicht zu überleben. Und das ist natürlich das Thema Munition, das er selber angesprochen hat. Ja, stimmt, aber wir hatten einen Munitionsgipfel im Kanzleramt schon 2022, da ist relativ wenig passiert. Und kurz zur Einordnung, zum Schluss die Äußerung des französischen Präsidenten, auch Bodentruppen nicht auszuschließen. Säbel rasseln, war das diplomatisch klug? Ich finde es total aus dem Zusammenhang gerissen. Es war eine Antwort von Ihnen auf eine Frage einer Journalistin, die er beantwortet hat. Dass er jetzt nebenbei da noch hier und da vielleicht einen ausgeteilt hat, ist möglicherweise, ich würde es erstmal so rum rangehen, eine deutsche Interpretation, weil man das natürlich sehr gerne nimmt, um zu sagen, ja, ja, die Franzosen haben, und da kommt Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Denn diese Art von Stereotyper, Bearbeitung von sicherheitspolitischen Fragen, finde ich schräg. Also auch im deutsch-französischen Verhältnis ist etwas zu tun, wenn man der Ukraine mehr Unterstützung gewähren will. Danke für die Erläuterung, Christian Mölling. Danke für die Erläuterung. Danke für die Erläuterung.